Hier ist Mo, nur ein YouTube-Video. Eigentlich haben wir nichts zu tun, außer wir gehen jetzt in die Stadt, also komm mal mit. Wir sind jetzt hier, ich und Ahmad. Wir sind jetzt hier, wir haben uns mit uns geballert. Ihr könnt euch. Also wir haben das geholt. Wir haben uns das geballert. Dann noch, also nicht für mich, nur noch zwei Hälfte. 50-50, der Wal hier. Und dann wissen wir Ahmed später. Leute, diese ich und ich und diese, wir sterben. So, mein richtig Wichster. Nee, ist gar nicht gut, ehrlich gesagt, Digga. Ich sterbe gleich ab. Ich bin zu warm, Digga. Laufen wir in Würzburg. Würzburg City. Leute, wir haben uns jetzt eine andere Idee bekommen, weil hier diese Stadt ist einfach mit zu warm. Arsch warm, Digga, ist echt totes warm. Ist so groß und deswegen gibt es auch nicht irgendwo viele Plätze hier, wo keine Sonne ist. Ich und aber Ahmed, wir gehen jetzt in die normale Stadt, also unsere kleinere Stadt, sag ich mal. Und dann chillen wir und essen wir Eis. 17.37. Ja, 17.37. Lecker. Ich fick Ahmed sein Arsch. Wir chillen hier. Auf Süß. Auf Cina Vanilla. Und wir fahren jetzt zur Stadt hier. Schöne guten Abend. Brrr. Guten Abend, wenn der uns nicht so spät hat. So Leute, wir sind jetzt hier. Andere, also wir warten jetzt erstmal, bis der Bus kommt, damit wir in die andere Stadt gehen. Was ist mit uns passiert? Oha, wirklich. Oha, wirklich behindert. Kaum so, wir sitzen ganz normal. Wir reden so, ich bin Ahmed beleidigend auf Arabisch. Alles chillig. Bam, ich höre eine Beleidigung und komme zurück. What the fuck, von wem? Ich gucke seinen Mund an. Es war nicht von seinem Mund. Also ich gucke da vorne, hinten rechts. Da war eine, zwei so Frankfurt richtig. Die haben richtig beleidigt. Dann haben wir geredet, geredet. Einer auch flirten, aber ihn beleidigen. Auf jeden Fall jetzt, wir warten hier. Und dann gehen wir nach Hause. Ahti el Luz. Hä? Luz. Ahti ente el Luz. Tabi. Tabi. Leute, ihr wisst. Ahmed, Ahmed hat immer bessere Ideen. Zeig uns, wie es geht. Malam, ich weiß nicht, wie es geht. Ahmed ist der Bus, ha? Man, lass dich lass, lass. Was? Bruh. Lecker. So Leute, Mo möchte sein W-Riz machen. Ich mach dein Ding. Nieg. Bruh. Schuh, was war das? Ich bin weg, man. Kein niggas, stripper. So Leute, ich bin Ahmed. Wir gehen jetzt Eis und ballern uns ein Eis. Wir sind jetzt da in dieser Stadt. Chilvanilo. People's and gentlemen. Wir haben dieses Eis geballert. Wir haben gay men. Wir haben gay men. Auf gay men. F***. Ja, eh? Ja, eh? Oh, lebe. Mein, mein Döding. Ah? F***. Oh. Gott. Oh. Oh. Was geht, Leute? Ich bin hier mit Nico und der andere. Wie heißt das? Keine noch? Wir gehen jetzt Schwimmbad, also deswegen... Ach süß. Die Leute, die sehen katastrophal aus, weil ich nicht gepennt hab. Nicht richtig gepennt hab. Wir sind auf jeden Fall da drüben. Schauen Fußballspiel. Von irgendwelcher Liga, keine Ahnung wer das ist. Auf jeden Fall schauen Fußballspiele und... Ist das so? Bruh! Du mein Beinhaar raus. F***! Hä? Ich hab ein Burger. Der hat sich ein Breese, der hat sich... Ach so, Killer, Killer und sich ein Nagel. Spott auf, hm? So Leute, ich hab Mütze weggenommen und das sieht katastrophal aus. Scheiße! Der denkt, der wär cool und... Oh, mein Gott! Oh, Flexhaar, ne? Viele Meinung dazu? Einer? Bruh! Scheiße, mein Finger! Bruh! Bruh! I believe you're like s***! AatmenOS!